Hallo, wie geht's euch? Lange nicht gesehen? So, heute werden wir deutsche Grundsätze lernen. Können Sie mir helfen? Können Sie mir helfen? Mit welcher U-Bahn komme ich nach Berlin? Von welchem Gleis ausfährt die U-Bahn? 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 Halt diese O-Bahn an der Haltestelle Franklin Halt diese O-Bahn an der Haltestelle Franklin Wann fährt die nächste O-Bahn nach Düsseldorf Wann fährt die nächste O-Bahn nach Düsseldorf was kostet ein Ticket nach München was kostet ein Ticket nach München entschuldigen sie ich habe eine Frage entschuldigen sie ich habe eine Frage wie komme ich zum Edeca Supermarket wie komme ich zum Edeca Supermarket gibt es ein Hotel in der Nähe gibt es ein Hotel in der Nähe können sie einen Mietwagen vielleicht in der Nähe können sie einen Mietwagen vielleicht in der Nähe könnten sie mir das bitte auf der Karte zeigen könnten sie mir das bitte auf der Karte zeigen geht es hier lang zur Bibliothek 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 geht es hier lang ich habe mich verlaufen kann ich mit Kreditkarte bezahlen ich bin auf der Suche nach einer Tasche ich bin auf der Suche nach einer Tasche haben sie das auch in einer größeren Größe haben sie das auch in einer größeren Größe haben sie das auch in einer anderen Farbe haben sie das auch in einer anderen Farbe ich schaue mich nur um Danke ich schaue mich nur um Danke das steht mir leider nicht das steht mir leider nicht Können sie das bitte für mich zurücklegen Könnten sie das bitte für mich zurücklegen Könnten sie das bitte für mich zurücklegen Danke ich suche erst einmal noch weiter Haben Sie bereits geöffnet? Haben Sie bereits geöffnet? Dankeschön, tschüss!